Hallo? Ja, Marc, nach 90 Minuten ein 3 zu 3, dass wir den Verlauf hier anders hervorgestellt haben. Erste Halbzeit bärenstark, in der zweiten Halbzeit dem Gegner vielleicht zu viel den Raum überlassen? Ja, wie du sagst, wir haben speziell in der ersten Halbzeit und vielleicht auch noch 20 Minuten in der zweiten Halbzeit ein Topspiel abgeliefert. Wir hätten mehr als drei Tore schießen müssen, das müssen wir uns angreifen. Und dann kriegt man ein 3 zu 2, das vielleicht nicht jeden Tag so reinfällt in der aktuellen Situation, vielleicht dann irgendwie ins Netz fällt. Klar, müssen wir uns danach anders verhalten, müssen anders verteidigen, aber nach 60 Minuten müssen wir den Sack hier zu haben. Über alle Liebe. Vielleicht hat auch, glaube ich, am Gegner schon Torwart gelegen, der 2-3 Freistoß von Mäntler Weltklasse aus dem Winkelfisch, Kopfball von Stegi. Warum haben wir es dann aber nach dem 3 zu 2 nicht geschafft, gegenzuhalten als Mannschaft? Einsatz hat ja gestimmt. Definitiv, der Einsatz hat gestimmt, weil wir uns aktuell in einer Scheiß-Situation befinden. Schwer, vielleicht dann auch der eine oder andere Spieler hat im Hinterkopf, okay, wir haben Dienstag eine 0-4-Glatsche kassiert, die inakzeptabel war, die einfach rotz war, 90 Minuten lang. Das kommt dann vielleicht auch hoch bei dem einen oder anderen. Aber wie gesagt, daran hat es nicht gelegen, dass wir dann 3 zu 2 kassiert haben. Wir müssen davor einfach das Ding zumachen. Dann, glaube ich, das können wir so stehen lassen, ein 3 zu 3. Einen Punkt haben wir, auch wenn mehr drin war. Danke dir, Mard. Gerne. Danke. Ja, Timo, ich glaube, nach der ersten Halbzeit waren die Zuschauer begeistert hier vom Auftreten unserer Mannschaft. Wir haben, glaube ich, tollen Fußball gezeigt, tolle Offensivpower auf den Platz gebracht, auch defensiv sehr gut gestanden. Nach 90 Minuten steht es trotzdem 3 zu 3. Wie kam es dazu? Ja, wir haben, glaube ich, schon vorgelegt oder von der ersten Minute an waren wir schon wirklich da. Wir waren im Spiel, wir waren aggressiv, wir waren laufstark, haben den Gegner wirklich sehr, sehr hoch gepresst. Das wollten wir von Anfang an und haben das auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Sind dann auch, in meinen Augen, verdient 3 zu 1 in Führung gegangen. Der Gegner, glaube ich, hatte eine Torschuss, das war das 1 zu 0 oder beziehungsweise der Ausgleich. Und dann haben wir das in der Halbzeit angesprochen, dass wir genau das nochmal leisten müssen, dass der Körper imstande ist, es zu leisten und diese Laufbereitschaft einfach nochmal an den Tag legen. Und dann bekommst du halt in der, ich weiß es nicht, 80. Minute, glaube ich, so eine Flanke, die nochmal hinter das Tor geht. Und die geht halt, gerade in der Situation geht es halt hinten rein. Und dann ist klar, dann ist der Kopf dann gefragt. Dann spielt natürlich Hoffenheim natürlich alles nach vorne. Wir spielen mit zwei Spitzen dann auch noch, vielleicht sogar zum Schluss auch mit drei oder vier. Aber dann, das 3-3 ist halt, dass wir einen Ballverlust haben, es darf nicht passieren. Und haben halt wirklich 80 Minuten, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Haben wirklich sehr wenig zugelassen oder fast gar nichts. Und ist halt, glaube ich, Hoffenheim weiß momentan nicht, wie sie den Punkt dann hier dann auch ergattert haben. So kurz nach dem Spiel, was überwiegt jetzt mehr der berechtigte Ärger, dass wir da noch den Ausgleich erlitten haben? Oder die Tatsache, dass wir gezeigt haben, dass wir richtig guten Fußball spielen können? Also ich bin das von meiner Mannschaft, also ich bin jemand, der wirklich die Jungs immer wieder auch das Vertrauen gibt, das Selbstvertrauen zu geben, dass sie spielen dürfen, dass sie Fehler machen dürfen. Und wir haben das halt einfach heute gezeigt. Und so will ich halt meine Mannschaft sehen. Was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, müssen wir 90 Minuten durchspielen. Und dann hat es jeder Gegner gegen uns in dieser Liga schwer. Aber wir verteidigen es halt dann wirklich dann doch zum Schluss nicht gut. Und das müssen wir uns ankreiden lassen. Aber trotzdem müssen wir beim Stand von 3-1 einfach das 4-1, 5-1 machen. Ich glaube, wenn das 5-1 steht nach 60 Minuten, dann darf sich Hoffenheim nicht beschweren. Das müssen wir uns ankreiden lassen. Und natürlich ist es unheimlich bitter, wenn du so ein Spiel ablieferst und dann stehst du da mit einem Punkt. Ich würde sagen, Kopf hoch an die Mannschaft und auch ans Trainerteam war, bis auf das Ergebnis glaube ich, dann durchaus ein gutes Spiel. Danke dir Timo. Danke.